hallo leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten video und meinem neuesten video auf diesem kanal einfach joe warum dieser kanal einfach joe heißt und wer hat spaß sich vor der kamera dann warum haupt sitzt ist das erfahrt ihr gleich nach dem intro bis gleich und leute jetzt halt wieder zurück aus dem intro das allerdings auch von mir gemacht wurde also gleich von anfang an mein name ist josef ich komme aus wien das liegt in österreich falls ihr das aus irgendeinem grund nicht wusstet jetzt wisst ihr es das ist die hauptstadt von österreich ich bin 19 jahre alt mache gerade zivildienst menschlich gesehen ziemlich abstoßen und habe einfach bock videos zu drehen habe bock meine kreativität einzubringen in diese videos und euch zu präsentieren also wenn ihr bock auf mehr videos habt und zwar vlogs, real talk, street comedy sachen alles mögliche quer durch den gemüsegarten will ich auf jeden fall mindestens einmal ausprobieren und ich werde auch eigene formate einbringen die es so auf youtube noch gar nicht gibt dann werde ich natürlich auch formate einbringen die es gibt ist klar weil man kommt auf dieselben ideen dann sucht man auf youtube scheiße das gibt es schon und man kann nicht einfach jeder youtube einfach neues format machen würde es wird gar nicht gehen weil es einfach nicht so volle formate gibt wie youtuber also ja auf jeden fall deswegen heiße ich einfach job und schaut mal was dazu kommt ich hoffe es wird euch gefallen klar meine anfänglichen videos werden es nicht so gut sein wie die von keine ahnung leuten mit paar millionen oder auch mit paar tausend abos oder vielleicht auch paar hundert abos vielleicht in dem video ist auch komplett scheiße das können wir auf jeden fall mitteilen mit einem like oder einem dislike für beides bin ich gerne offen für kommentare anregen und vorschläge mich natürlich auch gerne offen genau und da fällt mir auch noch ein ich habe auch social media sind eigentlich meine privat accounts aber da ist es nicht so viel privater stuff drauf was mich stören würde wenn es auch andere sehen also da könnte ich gerne abstecken einmal auf snap shirt das ist da unten sehr kleinen geilen animation übrigens auch ich gemacht habe und einmal ins zu gern auch in der kleinen animation nicht auch gemacht habe ja ich mache eigentlich hauptsächlich besetzt in meinem hobby sport treffe ich mit freunden oder macht sonst irgendwas schlafen musikern fernsehen das auch wieder so macht und ich mache auch motion design also so intrus und so weiter deswegen ist meine doch auch von mir selber gemacht ja falls euch das interessiert falls ihr fragen dazu habt könnte ich auch gerne mein eigenes video dazu machen und falls dieses video überhaupt irgend ein mensch auf der welt sehen wird auf jeden fall freue ich mich dabei zu sein bei youtube freue ich mich euch dabei zu haben hoffentlich und dann sehen wir uns bis zum nächsten mal bis bald dass Bis zum nächsten Mal.